So, wir können auf Bertha runter gehen oder auf A, je nachdem wie ihr wollt. Geht auf A, bei B sind es zu viele. Ja, dann komm rein, dann fliegen wir gleich hin. Nö, nö, ich geh auf B. Das war wieder super. Mit Claymore. Warum komm ich da nicht rein, im Füllereienbetter. Alex, da gehen wir mal hinüber. Oh, da sind vier, da sind vier. Verdammt. Hoppla. Ist gleich frei. Alex, ich mach nochmal Schild vor dich. Spinngang, kommen Sie. Wir sind zu dritt. Drei Schilde hocken grad da. Alex, du bist tot. Sag ich doch. Wir haben auch den schlechtesten Schützen ans Gewehr gelassen. Ja, egal, scheiß auf Schild, wir gehen so rein. Einen. Ich hab weg mal. Ja, versuchen wir es mal. Einen. Nicht gut. Ich fahr wieder runter. So, jetzt können wir gleich nochmal hochfahren dann. Ah, Mist, fast erwischt. Okay, Schild ist da. Schießt einfach drüber. Ihr sollt drüber schießen, der Alex läuft einfach raus. Da geh ich nicht raus. Hahaha. Keine Ahnung, wir gehen wieder hoch. Rein, Robby, rein. Habe ich. Hört. So, Schild. Wer hat das Schild? Robby, du machst das Schild. Wir schießen drüber. Nicht rausgehen. Hahaha. Hahaha. Ich hab den Knopf noch gedrückt. So geil. Der hat mich schon wieder gezählt. Haben ein bisschen was erwischt. Ich bin bei A. Der Robby, ich bin dabei. Ah, der hat nur auf mich gewarrt. Scheiße. Der war, das war schlecht. Mach mal weg hier, ich brauche einen. Sniper brauche einen. Kann ich wegmachen? Mach mich weeg. Ja, ich hab beide erwischt. Ich wurde aufgewogen. Ich hab beide erwischt. Nein. Einfach reinholzen. Ja, da sitzen immer noch welche draußen. Ja, da sitzen immer noch welche draußen. Ja, wieder nur 4 HP. Das gibt's doch nicht. Ja. Ja, dritte Hah Dolby. In Jamal. Das macht einen. Da kann ich jetzt einem Crossanbaufel zu ziehen. Jetzt für dich. façonlich ständig. Man, Annualsr tänker. Du sind damit. Nass! Lacken. Ah, ich liebe die Peschenek, so geil, aber es sind einfach zu viele, da sind wir, da war jetzt ein bisschen verpeilt, folge der Straße und biege links ab, da kommt was. Juhu, jetzt bin ich zurückgefallen, Juhu, hier ist irgendwie das Game-Up-Stütz. Ja, ich nehme ein, Juhu, die Juhu, die Juhu, die Juhu, die Juhu, die Juhu, die Juhu. Ich hab drei gekillt und den Helikopter zerstört. Lach ich mir in die Hose, echt. Ui, bin dabei. Okay, bin dabei. Ja, weil es alle dreckig sind, weißt, die rennen alle in die falsche Richtung, die rennen alle in den Tunnel rein. Das habt ihr schon gewonnen. Die rennen alle in den Tunnel, ich bin der einzige, wo ich zurückrenne. Ja. Jawoll. Nur Blindgänger. Hättest du den anderen, ne? Der wär hüpft. Ja. Okay. Aber ich muss nachlaufen. Ich hab die Medaille bekommen. I spotted an enemy soldier! Okay! I spotted a hostile soldier! Ich bin weg von Medik-Pack-Wassens. Alter! Jetzt habe ich ein sniper-Werfletzer bekommen. Dole Magnum, ja, okay. Gut! Gut! Helio runter! Bleiben sie mal stehen! Daneben! Daneben! Soll ich mal schießen? Daneben! Daneben! Ah, die SKS! Mensch, Alex! Warte, ich mach das mal! Altspringhunde, da kannst du mich wieder spawnen! Wen soll ich da oben auch schießen? Passt schon, ich erschieße euch jetzt! Okay! Flasch! Alter, krass! Okay, so geht es! Okay, ich steh schon wieder, das war ja gar nichts! Ja, warte halt ein wenig! Präzisionsgewehr praktisch, oder? Das war ja gar nichts! Steh schon wieder! Keine Ahnung! Drücken an der Eike! Okay! Max, du musst dich bewegen! Nein, muss er nicht! Abus! Hustler! Halt bitte dein Maul, Alter! Jetzt geht's zurück! Gebt ihr jetzt nicht auf! Nein, du musst doch... Okay! Okay! Okay, ihr seid alle gepackt! Geht zurück! Ich bin gerade schon gestorben! Ah! Lass das! Okay, er ist dran! Hier, der da hier! Ja, dann gebe ich mich für ihn! Bleib stehen, Mensch! Alter, voll gemein, ey! Alter, voll gemein, ey! Du stehst aber ruhig! Ja! Ja! Präzisionsgewehr Maschine! Oh, verdammt! Jetzt muss man filmen! Das ist lustig! Aber das ist lustig, wenn du... Wenn du der Fahrrad bist! Das ist lustig! Das ist lustig! Da wollen wir vielleicht sehen! Nö! Das ist lustig! Oh, fast Sascha! Verdammt! Okay, getroffen, glaube ich, oder? Ja, dann musst du das Teil explodieren komplett! Mensch, du... Ja, dann trifft's nicht! Jetzt hab ich's drauf! Ja! Juhu! Jetzt passiert was! Ach, jetzt passiert was! Jetzt passiert was! Jetzt passiert was! Ja, wow! Die Bäume, ey! Das ist auch geil, oder? Ja, schwul! Ja, vom roten Gang aus! Äh, spinnt Gang! Ach, shit! Ach, scheiße! Alle vier! Da geht der Dani ab! Was? Ja, weil das nicht ankotzt, ihr Kadaver! Ja, weil das nicht ankotzt, ihr Kadaver! Werd' ich sauer! Dann passiert sowas! Oh, Mann! An die Wand getackert! Oh, hast du dich gesporen? Ah, es ist jetzt nicht wieder! Kommt noch einer! Kommt noch einer! Ich? Ja! Ich wollte dich weg! Mach mal! Oh, jetzt kriegen wir jetzt! Ja, fickt euch halt! Kött! Und der Janus liegt da hinten! Janus, was machst du da? Das ist der richtige Matsch! Hä? C! Bis jetzt! Lett bin ich geil! Jetfighter ripen! Jetzt geht's ab! Oh, was ist der zweite? Er war das! Er ist du nicht! Du hast mich gerammt! Wir gehören doch zusammen! Ja, ich... Ich hab dich ja gar nicht gesehen, bis sie mich reingrammen! Also, musst du mich gesehen haben! Ja! Der ist in mich geflogen! Vergiss es! Was? Ist das aus? Ja, es hat gerade Bing gemacht! Helikopter ist auf dem Weg zu uns! Hab ihn! Drei Mann! Jetzt ist wieder aus, ne? Aber es passiert nichts! Schade! Genau, schieß weiter! Nein! Gut! Der HJ8 Launcher! Warte mich da unten weg! Äh, der Toe Launcher oder was? Ja! Nicht schlecht! Also gut, es scheint nicht zu funktionieren! Dann können wir wieder runter in die Lobby und einnehmen!